Wir versuchen uns mal, diese Abtrünnigen anzugreifen. Dafür muss ich meine Flotte, muss man da mal hinten hinbewegen, gehe zu. Vereinen. Erstmal weiterlaufen lassen. Ach, kommt schon. Ist die zu groß schon? Nein. Okay, 162. Und dann muss ich mit denen da hinfliegen. Das verbraucht auch mal ein bisschen Energie. Ist doch wunderbar. Dann könnte ich gleichzeitig noch meine Bodentruppen losschicken. Irgendwie ist es gerade sehr am Ruckeln. Ich weiß nicht, wo dran es lag. So, die Flotte ist unterwegs. Armee. Entsinden wir mal. Konstruktionen lasse ich mal eben in Ruhe. Wir wollen mal eben gucken. Die müssen ihnen auch schnell den Krieg erklären. Bevor die die überrennen. Moment. Planet abtreten. Ja. Gut. Wo ist unsere Flotte? Weit entfernt. Komm, gib mal Gas, Leute. Konnte keine Forschungsstation bauen. Egal. Pff. Kaldari ist schneller da mit der Flotte. Hellahmen sind hier erst. Ja, wir waren zu langsam mit unserer Flotte. Bleibt sie denn? Research complete. Construction complete. Da waren wir zu langsam. Mist. Jetzt muss ich schneller reagieren. Dann für Wüstertorpedos als nächstes. Das wird wohl schnell gehen. Das wird wohl schnell gehen. Hostile Station engagiert. Und dann haben wir unsere Armee da. Vielleicht klappt das noch. Bevor die die übernommen haben. Aber ich glaube, die sind schneller als wir. Kaldari. Wir waren zu langsam. Yonder Confidelity. Wurde von denen ausgelöscht. Schade. Hätten wir schneller sein müssen. Unsere Flotte. Frage ist, wie sieht es mit denen aus? Die sind uns unterliegen. Flotte stärkt es ebenbürtig. Soll ich es mal wagen? Wir könnten es ja mal wagen. Wir schicken unsere Flotte da mal vorbei. Zu deren Heimatwelt. Und laden unsere Freunde ein. Die anzugreifen. Die sind wütend. Wir haben das gefallene Reich verärgert. Schauen wir mal, was da jetzt draus kommt. Die haben noch eine Menge Planeten. An den Kriegszielen haben die kein Interesse. Na dann. Fertig. Krieg. Krieg. Und schauen wir mal, ob wir die kaputt kriegen. Vielleicht nicht im Heimatsystem. Greifen wir mal deren Planeten an. Mal gucken, ob die Flotte anlocken können. Die Plattformen schmelzen nur so dahin. Nahrung brauchen wir nicht. Lebensdauer ist gut. Mal gucken, was die dazu sagen. Hilde Krüger kommt eigentlich wieder zum Einsatz. Oh. Nein, die zerstören unsere Bodentruppen. Nein. Verdammt. Verdammt. Ich hätte sie aus dem System lassen sollen. Aber auch neue. Und zwar schnell. Oh, so ärgerlich. Hätte ich nicht tun sollen. Was für ein Kampf. Ist ziemlich ausgeglich. Die verlieren weniger Schiffe als wir. Was geht denn schnell zu produzieren? Der Kampf zieht sich hin. Aber wir scheinen überlegen. 120, 80. Sieht gut aus. Die kleinen Schiffe helfen enorm. 20.000 nur noch. Gleich haben wir es geschafft. Der Krieg sieht gewonnen aus. Die brauchen jetzt nur schnellstmöglich Bodentruppen da. Den Kampf haben wir gewonnen. Müssen wir ganz schnell zu der Flotte. Um dafür Ruhe zu sorgen. Oh, wie ärgerlich ist das denn? Dass wir unsere Transport voll... Oh, das geht echt nicht. So ein Mist. So, hier räumen wir jetzt noch mit dem Rest von denen aus. First Hunter Killer Group. Das ist super. 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 Und hier FRA noch ein paar bauen. Was schnell geht. Beteiligungsarmeen möchte ich nicht mit Angrabsarmeen. Wer gehen soll da? Das dauert zu lange. Oh, da noch mal vier. Da noch überall eine dritte. Warum greift die ja nicht an? Plasma-Kanonen sind erforscht. Archen in der Mitte. Wo ist unser Forschungsschiff? Wir zerstören dann sämtliche Stationen. Das Reich hat den Krieg verloren. Situation Log Updated. Situation Log Updated. Alles was die jetzt produzieren, wird zerstört werden. Situation Log Updated. Gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns die Heimatwelt. Und hoffen, dass die Armeen hier schnell ankommen. Okay. Ich bin gespannt, wie lange die brauchen. Dein Planeten ist kaputt gebombt. Eingeschränkt und kriege ich um 80. Nur eigenschränkt. 6%. 6%. Ja, wir müssen das Planeten besetzen, damit da was passiert. Dann werde ich noch mal den... ...Amerik-Kotierungsabgeschlossen. Drei wird nicht reichen. Der Armeen hat ja 25. Da muss ich mal die ganzen Armeen hier sammeln. Dann sollte ich hier noch mal ein paar bauen. Er muss leider eine Weile warten. Wie viele sind das jetzt? 6, 9. Ist so wenig. Sind wir bei 10? Oh, über 20 brauche ich auf jeden Fall. Sonst wird das nix. Wobei ich eine ziemlich starke Armee habe. Was ist mit meinem Forschungsschiff? Ist das schon da? Nee. Oh, die haben Flotten dazu bekommen. Aber nur Transportflotten bisher. Oh, die zerstören dann mein Schiff. Ja, ist jetzt die Frage. Was mache ich? Ich bin überall am Limit. Ich muss mich mal kurz anhalten. Im Sektor noch was dazugeben. Und einen neuen Anführer einstellen. Feldproduktion. Zack. Ich muss noch mal kurz in die Heimat. Konstruktionsschiff. Da, genau. Hier noch mal ein Habitat in Auftrag geben. Zwei Habitate. Ja. Hier könnte ich noch mal im Raumhafen ein paar Korvetten produzieren. Wir haben es nur noch im Raumhafen bauen. Gibt's noch gar keinen. Und die Zeit weiterlaufen lassen. Wir sind noch bei elf. 25. Aber was sind das für welche? Defense Army. Gesundheit 300. Moral Schaden. Vier. Potenzielle Armeen. Nächster Habitat ist fertig. Wie stark ist unsere Armee? Konstruktion complete. Auf die warte ich jetzt noch. Bis hier eintreffen. Los, kommt schon, Flotten. Kommt schneller an. Wir wollen jetzt endlich den Planeten besetzen. Nach meinem katastrophalen Fehler. Wie sieht's denn mit denen hier aus? Oh, die haben überall 25er. Fünf bis zehn. Oh, die sind erheblich stärker. Ärgerlich ist, dass wir Hilde verloren haben. Das ist wirklich doof. Ah, die hat überlebt. Okay. Wollen wir hier mal einen neuen Wissenschaftler? Haben wir noch einen über? Sehr gut. Wir versuchen's jetzt. Armeen landen. Der Angriff beginnt. Angriff der Xenomorphen-Armee. Die Ringwelt wird erobert. Verliere ich ernsthaft meine Armee da? Wahnsinn. Wie stark die sind. Krass. Okay, ich brauche auch eine 25er. Puh. Die brauchen eine riesige Xenomorphen-Armee. Hilde ist gestorben während des Gefechts. Wir bombardieren weiter diese Ringwelt. Das war zu früh. Okay, das... Ich hab noch keine Erfahrung mit solchen Gegnern gehabt. Heißt, wir müssen sofort erstmal wieder aufbauen. Aber die Ringwelt zu erobern, das könnte sehr lohnenswert sein. Vielleicht ist es der Planet? Ja, wobei, nee. Da haben sie ziemlich starke Truppen. Hm. Die Habitate sind soweit fertig. Gucken wir nochmal rein. In das Siegprotokoll. Dominanz. Da fehlt nicht mehr so viel. Sollten wir vielleicht nochmal mal gucken. Hier können wir nochmal einen besiedeln. Ein Habitat, was fertig geworden war. Da ist auch eins fertig geworden. Da schicken wir von Trappist Tertius ein Kolonisationsschiff hin. Hier ist noch eins fertig geworden. Tertius Sekundus kann aber eins los schicken. Das sind drei. Ist hier noch irgendwo ein Planeten, den wir besiedeln könnten? Nee. Im Moment nicht. Okay, bedeutet, wir müssen unsere Armee erst wieder aufbauen. Und hier noch eine neue Forschung einstellen. Dann nehmen wir die kinetische Batterie. Und bauen erst unsere Armee jetzt richtig auf. Oh, dass wir da eine 25er Transportflotte haben. Zwei, vier, sechs, sieben haben wir schon wieder. Und dann greifen wir mit einer vollständigen Armee dort an. Zwei, vier, sechs, sieben haben wir schon wieder.